Zürich-Basl ist das Spiel der Saison für jeden Tag. Zürich, vor allem nach dem 13. Mai, ist klar, dass dieser Match sehr, sehr speziell ist und ich glaube, jedes Mal, wenn man gegen Basel spielt, sind es ein guter Match, was auch für die Fans sehr, sehr schön ist und ich glaube, für uns ist es ein sehr wichtiger Match am Sonntag. Wir müssen weitermachen, wo wir stehen und wir wollen weitermachen und ich glaube, da müssen wir unsere Leistung wieder abrufen. Ja, ich glaube, wir hätten einmal mehr gesehen, was für eine Mentalität wir haben und was für starke Charakteren wir in der Mannschaft haben. Wir glauben bis zur letzten Sekunde daran, dass wir etwas holen können und das haben wir einmal mehr gezeigt. Ich glaube, wir brauchen unsere Fans. Die Zweitkurve, die ganzen Zuschauer sind sehr wichtig seit diesem Jahr. Es ist schön, nach jedem Spiel mit ihnen zu feiern und ich hoffe, dass das Stadion am Sonntag gefüllt ist. Aber ja, die Fans sind sehr, sehr wichtig für uns. Ja, ich glaube, jeder, der kommt, kann sich auf ein gutes Spiel freuen. Es wird ein emotionales Spiel, ein sehr wegweisendes Spiel und ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Aber ich bin sehr überzeugt von unserer Mannschaft und von unserer Stärke, dass wir das Spiel werden gewinnen. Wir wissenwachen.